Hallo liebe Wurzelfreunde, wir machen heute eine Sonnencreme, der Sommernaht mit schnellen Schritten und damit natürlich die Frage, wie wir unsere Haut schützen. Es gibt mehrere verschiedene Möglichkeiten, gerade wenn man die Kontrolle über die Inhaltsstoffe einer Creme haben möchte, macht man es natürlich am besten selbst. Und ich will auch heute auf ein Rezept eingehen, euch ein paar Rezeptalternativen nennen und zusätzlich einfach auch ein paar Tipps geben, wie ihr die Haut von innen natürlich auch schützen könnt etc. Wenn ihr nähere Infos wollt zum Thema Schädigungen der Haut durch Sonnenstrahlen und Sonnenbrand, wenn ich da näher eingehen soll drauf, dann schreibt es natürlich gerne in die Kommentare. Punkt 1, wie schütze ich mich von innen? Ja, ich kann einfach einige Lebensmittel zu mir nehmen, die einfach zusätzlich dafür sorgen, dass unsere Haut vor der Sonne geschützt ist, beziehungsweise auch wenn ich schon Schädigungen der Haut durch die Sonne habe, also Sonnenbrand ZB, dann ist auch das dann sinnvoll, dass ich das mehr zu mir nehme. Und das sind prinzipiell einfach Lebensmittel, die reichern Vitamin E, Vitamin C, Omega 3 und Beta-Carodin sind und auch weitere Antioxidantien, die sind immer gut. Und ja, da gibt es einfach ein paar Beispiele, die man zu sich nehmen kann und zwar ist das, wenn man Fische isst, sind das Fische sehr fettige wie Lachs, Forelle, die einfach Omega 3 enthalten. Möchte man keinen Fisch wie ich, dann geht zum Beispiel auch Leinöl, Walnüsse, Nüsse generell und Nussöle, Olivenöl auch zum Beispiel, das heißt über den Sommersalat ein bisschen Olivenöl kann da eben auch gut helfen. Und Tomatensaft und Karotten, beziehungsweise Karottensaft, die helfen extrem, also die haben einen ziemlichen Schutz auch gegen die Sonne, da ist einfach das Beta-Carodin verantwortlich. Besonders ein Stoff, dieses Astaxantin, da gibt es einige Studien auch darüber, der kommt vor allem in einer roten Alge vor, schützt extrem auch gegen die Sonneneinstrahlung. Wenn ihr wollt, dass ich da extra mal ein Video drüber mache, schreibt es gerne in die Kommentare, da gibt es eben auch wirklich interessante Beobachtungen darüber. Ja, wir können natürlich auch von außen schützen, also gerade auch zum Beispiel Karottensaft in einer Sonnencreme reingemischt kann da helfen. Sesamöl, Kokosöl, Sesamöl hat zum Beispiel 30%, Kokosöl 21%, einfach allen Sonnenschutzfaktor. Aber Kokosöl würde ich generell trotzdem immer mehr empfehlen, weil Kokosöl eine andere Zusammensetzung hat. Da bin ich in einem extra Video über Kokosöl auch, das findet ihr eh auf meinem Kanal, darauf eingegangen. Generell Öle verstopfen natürlich auch die Hautporen. Wenn man das nicht möchte, ist Kokosöl immer ein relativ guter Mittelweg. Ja, natürliche Öle haben trotzdem natürlich einen eher geringeren Lichtschutzfaktor. Also auch unsere Hautcreme, die wir heute machen werden, ist trotz allem der Lichtschutzfaktor, ja, wir werden bis 20% oder so gehen. Deswegen muss man natürlich sich auch immer überlegen, wenn man jetzt eine Sonnencreme mit sehr hohem Lichtschutzfaktor einfach benötigt, ob man dann doch wieder auf fertige Creme zurückgreift. Ich zeige euch jetzt beim Creme-Rezept ein Rezept, wo ich auch zurückgegriffen habe auf den mineralischen UV-Blocker Zinkoxid. So, wenn ihr den nicht nehmen möchtet, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, mache ich auch immer wieder nicht, dann lasst ihr den weg. Ich werde euch auch Rezeptalternativen, auch in die Videobeschreibungen zu schreiben. Es ist nicht unbedingt notwendig. Allerdings erhöhen wir einfach den Lichtschutzfaktor mit dem Zinkoxid. Ja, das sind Nanopartikel und da ist einfach wichtig, wir wollen natürlich nicht, dass diese Nanopartikel in die Haut kommen. Deswegen nimmt man ab nur einer gewissen Größe von diesen Nanopartikeln, damit die eben nicht in die Haut eindringen und wirklich nur als physikalische Barriere fungieren. Also sich quasi auf die Haut legen. Und das ist ganz einfach, ihr geht in die Apotheke, ihr sagt, ihr wollt ein Zinkoxid, aber Non-Nano. Ich schreibe euch das eh in die Videobeschreibung. Wenn ihr das dazu sagt, dann habt ihr eben auch das Richtige. Ja, und jetzt kommen wir auf jeden Fall mal zum Creme-Rezept und die Alternativen sage ich euch da währenddessen natürlich auch. Ihr braucht einfach einen Topf. Ich habe jetzt bei diesem Rezept, gebe ich Bienenwachs hinein, da habe ich zwei Esslöffel. Da wird die Creme allerdings von der Konsistenz einfach härter, fester. Ich werde euch dann Alternativen sagen. Ich habe hier das Zinkoxid. Hier hätte ich fast das Wichtigste vergessen. Beim Zinkoxid, ihr dürft das auf gar keinen Fall einatmen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das auch nicht in die Lunge kommt. Am besten einen Mundschutz oder so drüber geben. Oder einfach wirklich auch so arbeiten, dass das Jahr nicht in der Luft auch herumfliegt. Ist natürlich ein Pulver. Ich glaube, da ist eh schon klar, da müsst ihr einfach sehr, sehr vorsichtig auch arbeiten. Ja, hier die kurze Warnung noch mit reingekritscht. Genaue Mengenangabe schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Dann habe ich hier das Kokosöl und ich habe ein Sesamöl verwendet. Allerdings könntet ihr als Alternative zum Beispiel auch Jojobaöl nehmen, Avocadoöl. Ihr könnt zum Beispiel etwas Karottensaft hineingeben, allerdings später. Also hier eigentlich nur mal die Öle. Das heißt, wir beginnen, die Öle zu erwärmen. Das Zinkoxid kommt dann dazu. Und wenn das Ganze etwas erwärmt und vermischt ist, dann könnt ihr eben auch noch einen Schuss Karottensaft dazugeben oder Wasser. Allerdings emulgiert das nur bis zu einem gewissen Grad. Das Bienenwachs ist ja auch ein Emulgator. Das heißt, ihr könnt natürlich, um eine bessere Konsistenz der Creme zu bekommen, könntet ihr zum Beispiel einen Emulgator verwenden, wie ich das euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt habe, wo ich eine Creme gemischt habe. Da zum Beispiel Wollwachs gibt aber auch vegane Alternativen. Werde ich euch auch in die Videobeschreibung schreiben. Ist aber prinzipiell nicht notwendig. Ihr könnt auch eine Creme machen, zum Beispiel, indem ihr Avocadoöl verwendet, etwas Jojobaöl, um die Haut zu pflegen. Da könnt ihr zum Beispiel nehmen 50 Milliliter Avocadoöl, 50 Milliliter Sesamöl wäre zum Beispiel auch eine Variante oder auch Kokosöl. Und dann gebt ihr zum Beispiel ein paar Tropfen vom Karottensamenöl dazu, das extrem gut schützt. Da wären wir auch bei dem Punkt ätherische Öle. Es gibt einfach verschiedene Kräuteröle, die auch einen Lichtschutzfaktor haben. Zum Beispiel Lavendelöl hat 5,5. Und ja, Sheabutter ist auch eine Möglichkeit. Ja, Jojobaöl, Avocadoöl habe ich auch schon gesagt. Ganz, ganz wichtig, keine Citrusöle, das ist wichtig. Die machen einfach die Haut noch empfindlicher und wir wollen ja unsere Haut schützen. Das ist, wenn ihr einfach ätherische Öle verwendet, ganz wichtig zu beachten. Ja, prinzipiell, wenn ihr natürlich die fertige Sonnencreme habt, mehrmals täglich einschmieren, lockere, luftige Kleidung tragen, schaut, dass ihr einen Sonnenhut tragt oder auf jeden Fall einen Schutz auch für den Kopf und die Mittagssonne meiden. Ja, somit hoffe ich auf jeden Fall, das Video hat euch weitergeholfen. Wie gesagt, zusätzliche Infos schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Liebe, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge. Tschüss!